Heute gebe ich dir 10 extrem hilfreiche Workflow-Tipps für den Piano-Roll-Editor in Logic Pro, die ich so in meiner Arbeit praktisch jeden Tag benutze und die mir wahnsinnig viel Zeit ersparen. Los geht's mit Tipp Nummer 1. Den Piano-Roll-Editor öffnest du, indem du auf die Region doppelklickst. Zum einen, dann öffnet sich hier dieses wunderschöne Piano-Roll-Editor-Fenster. Oder, wenn du das nicht möchtest, wenn du ein Floating-Window bevorzugst, drückst du Command 4. Dann hast du hier dieses Floating-Fenster, das kannst du auch auf einen anderen Monitor ziehen. Manche bevorzugen auch diese Arbeitsweise. Wenn ich im Piano-Roll bin, mache ich immer am liebsten alle Fenster zu, also hier zum Beispiel über den Tastaturkurs Befehl I, sodass ich hier komplett das Fenster sehe vom Piano-Roll, dass ich hier die komplette Größe habe. Und bei Größe kommen wir auch gleich zu Tipp Nummer 1, nämlich nützliche Zoom-Befehle, die dir dabei helfen, schnell im Piano-Roll zu arbeiten. Wenn du eine Komplettansicht möchtest, das heißt, du möchtest alle MIDI-Events sehen, dann kannst du hier zunächst über Command A alle markieren und dann einfach Z drücken. Dann wird er die MIDI-Events so ausbreiten, dass sie die volle Größe des Piano-Roll-Editers ausfüllen. Falls du eine Magic-Mouse hast, kannst du auch die Option-Taste gedrückt halten und dann mit deinem Finger über die Magic-Mouse horizontal oder vertikal einzoomen. So arbeite ich persönlich am meisten. Auch ein ganz wichtiger Befehl für den Piano-Roll hier ist der Super-Zoom. Und zwar, wenn du die Option-Taste gedrückt hältst, siehst du, dass sich hier mein Cursor in eine Lupe verwandelt. Und jetzt kannst du hier drüber ziehen, was du vergrößern möchtest. Siehst du das hier? Er zeigt mir jetzt den Bereich. Wenn ich jetzt hier loslasse, kann ich super schnell hier einzoomen. Wenn du wieder rauszoomen möchtest, drückst du einfach Wieder-Option, klickst in einen leeren Bereich hier und dann geht er wieder in die vorherige Zoom-Einstellung zurück. Wir müssen im Piano-Roll aber nicht nur zoomen, sondern wir müssen auch navigieren. Und da kommen wir zu Tipp Nummer 2, den Transportbefehl. Hier gibt es eigentlich zwei wichtige, die ich hauptsächlich verwende. Und zur einen ist das Punkt und Komma. Ich mache hier mal kurz kleiner. Wenn du also hier Punkte drückst, dann siehst du, dass er hier jeweils einen Takt nach vorne springt. Und wenn ich Komma drücke, dann springt er wieder einen Takt nach hinten. Möchtest du acht Takte nach vorne oder nach hinten springen, hältst du einfach zusätzlich die Shift-Taste gedrückt. Dann springt er acht Takte nach vorne mit Punkt und acht Takte zurück mit Komma. Kommen wir jetzt zu Tipp Nummer 3 und das das Quantisieren. Du siehst, ich habe hier nicht super sauber eingespielt. Ich bin hier ein bisschen zu weit vorne, hier ein bisschen zu weit vorne, hier zum Beispiel auch. Und jetzt möchte ich, dass quantisiert wird. Immer möchtest du das natürlich nicht. Manchmal möchtest du auch den menschlichen Touch. Aber nehmen wir mal an, wir möchten das. Dann kann ich hier auch ganz einfach wieder über Command A alles markieren. Jetzt kannst du dich über die Zeitquantisierung auswählen, wie du quantisieren möchtest. Ich habe hier jetzt ganze Noten. Dann kann ich die auswählen, also Viertelnoten. Und wenn du jetzt hier die Events beobachtest, die ein bisschen zu weit vorne sind, wenn ich hier draufklicke, dann springen sie zurück. Und jetzt haben wir alles sauber auf den Downbeat hier eingerastet. Tipp Nummer 4 ist das Trimmen von Noten. Du siehst, dass ich hier ein paar Noten länger ausgehalten habe. Hier zum Beispiel auch, sodass die hier mehr oder weniger verschwimmen mit dem anderen Akkord. Oder da reinschleifen sozusagen. Dann kannst du natürlich einzelne Noten jetzt trimmen, indem du hier ziehst. Ich möchte das jetzt aber für alle machen. Dazu markiere ich auch wieder alle. Und jetzt gehen wir hier in Bearbeiten und dann hier auf Trimmen. Hier gibt es den Befehl Notenende auf erzwungenes Legato. Du siehst, ich habe hier einen Tastaturkurzbefehl angelegt, weil ich den sehr, sehr oft brauche. Wenn ich jetzt also diesen Tastaturkurzbefehl drücke, dann fragt er mich, ob er die überlappenden Noten kürzen soll. Da sage ich in diesem Fall Ja. Und jetzt siehst du, er hat hier wirklich alle Noten sauber getrimmt. Und wir haben hier ein Legato. Hören wir uns das mal an. Sehr schön. Kommen wir zu Tipp Nummer 5 und das ist Midi-Out ausschalten. Oftmals ist es ja so, dass du arrangieren möchtest. Du möchtest hier neue Noten einzeichnen oder was auch immer. Oder du möchtest hier mit verschiedenen Akkorden arbeiten und möchtest hier was ausprobieren. Und manchmal kann es nervig sein, wenn dann diese Noten ständig erklingen, wenn du hier was Bestimmtes arbeiten möchtest. Und dann kannst du hier oben einfach Midi-Out ausschalten. Wenn ich jetzt hier was verziehe oder hier rummache, dann erklingt die Note nicht. Und du kannst hier einfach rein über das Sichtbild arbeiten. In manchen Fällen kann das tatsächlich nützlich sein. Tipp Nummer 6. Schnelles Transponieren. Du kannst sowohl einzelne Noten als auch ganze Akkorde transponieren. Und zwar indem du die Option-Taste gedrückt hältst und dann die Pfeiltasten nach oben und unten benutzt. Es geht natürlich auch über mehrere Akkorde oder nur über einzelne Noten. Du kannst das Ganze auch zum Beispiel komplett für eine Oktave machen, indem du Shift-Option gedrückt hältst und dann wiederum die Pfeiltasten benutzt. Jetzt sind wir eine ganze Oktave nach oben und nach unten gesprungen. Übrigens, falls dir die Tipps bis hierher gefallen haben und du möchtest noch mehr solcher Workflow-Tipps, dann empfehle ich dir meine Logic-Workflow-Checkliste. Das ist ein PDF, da gebe ich dir nochmal 10 weitere Tipps, wie du Logic, wie du diese DRW perfekt für dich einstellen und deinen Workflow massiv beschleunigen kannst. Das ist ein PDF, da habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir das runterladen. Und jetzt geht es weiter mit Tipp Nummer 7. Und das sind die Rasterwerte. Vor allem das führt immer wieder zu großer Verwirrung. Mit Rasterwerten meine ich hier diese Kästchen, das heißt, wie rastet die Note eigentlich ein? Was ist das eigentlich? Sind das hier Sechzehntel im Moment oder sind das Achtel hier? Diese einzelnen Linien, diese einzelnen Raster. Das werden wir jetzt rausfinden und ich zeige dir auch, wie du sie verstellen kannst. Das ist ein bisschen verwirrend, weil man das nämlich jetzt nicht hier einstellt, sondern oben in der globalen Systemleiste. Und zwar müssen wir hier erstmal den Anzeigenmodus verstellen und zwar gehst du hier auf eigene. Und jetzt siehst du hier den Rasterwert, das sind im Moment Sechzehntel. Wenn ich diesen Rasterwert jetzt hier oben verstelle und du beobachtest hier unten mal, was passiert, wirst du sehen, dass sich der Rasterwert verändert. Zum Beispiel auf Achtel. Hast du jetzt gesehen, jetzt haben wir hier einen Rasterwert von Achtel. Wir können hier auch noch weiter runtergehen, nur Viertel. Ja, so wird das Raster jetzt immer ungenauer. Und je nachdem, wie du arbeiten möchtest, kannst du dir das Raster hier so einstellen, dass es für dich am besten passt und am übersichtlichsten ist. Also bei diesen ganzen Akkorden würde es jetzt wahrscheinlich keinen Sinn machen, Sechzehntel Raster. Diesen Rasterwert hier stellst du also jetzt hier nicht im Piano Roll selber ein, sondern du musst ihn hier oben über die globale Befehlsleiste einstellen. Und dieses Einrasten hängt ja auch noch mit diesem Einrasten-Modus wiederum im Piano Roll selber zusammen. Das heißt, wir haben jetzt intelligentes Einrasten. Das heißt, ich kann jetzt hier diesen Ton hier zum Beispiel verziehen, so wie ich möchte. Ich könnte ihn aber auch einrasten lassen, zum Beispiel auf Achtel. Ich habe ja hier oben jetzt auch Achtel eingestellt und jetzt siehst du schon, jetzt kann ich ihn nicht mehr dazwischen verziehen. Es erlaubt er mir nicht, er stellt nur auf Achtel ein. Kann zum Beispiel beim Drums-Programmieren ganz nützlich sein oder bei anderen Geschichten. Du kannst den Rasterwert auch komplett abschalten. Das kann nützlich sein, wenn du zum einen Raster einrasten möchtest oder wenn du jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt schnell einen Akkord machen möchte, wo ich ihn menschlicher haben möchte, zum Beispiel, dass ich hier so ein bisschen so nacheinander kommen mehr, dann habe ich jetzt den Einrasten-Modus ausgeschalten hier oben, siehst du. Dann kann ich das jetzt wieder so einstellen, wenn ich ihn wieder anstelle, dann rastet er mir wieder direkt oder erlaubt er mir wieder nur, auf Achtel einzurasten. Das geht übrigens auch über den Tastaturkurzbefehl Command-G, was ich besser finde, da du dann nicht immer hier oben mit der Maus rumfummeln musst. Tipp Nummer 8, das Arbeiten mit dem Werkzeugkasten. Auch da gibt es einige, die mehr bringen und andere, die weniger bringen. Das kommt aber immer individuell auf deinen Arbeitsstil an. Hier oben hast du deine Werkzeuge. Das Zeigerwerkzeug ist klar, das ist mehr oder weniger dein Cursor, mit dem du Noten verziehen, verschieben kannst und auch trimmen kannst. Über das Stiftwerkzeug kannst du Noten einzeichnen, neue Noten einzeichnen und das kannst du mit dem Radiergummi-Werkzeug wieder löschen. Ich benutze das meistens nicht, weil das kann man auch über die Löschen-Taste machen. Das Fingerwerkzeug ist für mich relativ nutzlos. Auch hier kannst du nur Noten trimmen. Das brauchst du eigentlich nicht, das kannst du auch mit dem Zeigerwerkzeug machen. Sehr interessant ist aber das Scherenwerkzeug. Wenn wir jetzt hier mal mit unserem Supersoom genauer reinzoomen und ich jetzt hier reingehe und ich möchte jetzt zum Beispiel diese Noten hier zerschneiden. Nehmen wir mal an in Achtel. Wir haben jetzt hier Achtel und ich möchte jetzt hier schneiden. Dann kannst du einzelne Noten oder eben auch komplette Akkorde durchschneiden. Ich habe dir das hier als Rechtsklick-Werkzeug angelegt. Wenn ich jetzt hier schneide, dann siehst du, er hat jetzt diese Noten hier durchgeschnitten. Ich muss meinen Cursor zur Seite schieben, hier siehst du es. Es gibt noch einen super coolen Trick, den ich dir hier auch noch zeigen möchte. Und zwar kannst du auch ganze Akkorde in gleichmäßige Teile schneiden. Und zwar, wenn du wieder das Scherenwerkzeug anwendest, deine MIDI-Events markierst, die du schneiden möchtest, in gleichmäßige Teile und die Option-Taste gedrückt hältst. Was du jetzt siehst, ist, dass wir jetzt hier Achtel geschnitten haben und dann klingt der Akkord so. Ja, hier kannst du also sehr, sehr schnell beliebige Rhythmiken erstellen. Ich hätte jetzt auch 16. Triolen schneiden können. Je nachdem, was ich hier oben beim Einrasten einstelle, kommt dann. Also, sehr, sehr nützliches Werkzeug. Sehr, sehr cooler Trick hier. Ich markiere mal wieder alles, was ich jetzt geschnitten habe. Und wir gehen weiter zum nächsten Werkzeug. Und das ist das Gegenteil vom Scherenwerkzeug, nämlich das Werkzeug verbinden. Wenn ich jetzt hier draufklicke, ich werde auch wieder als Rechtsklick hier angelegt, und ich gehe auf Verbinden, dann siehst du, jetzt hat er wieder alle Schnitte rückgängig gemacht. Das heißt, zerschnittene MIDI-Events kannst du mit dem Verbinden-Werkzeug verbinden. Und das macht ja auch Sinn. Muten ist klar, du kannst dir einfach Töne an- und ausschalten. Das Quantisierungswerkzeug ist auch klar. Du könntest jetzt einen Akkord nehmen und nur den quantisieren, wie ich es dir vorhin gezeigt habe. Was wiederum sehr, sehr interessant ist, ist das Velocity-Werkzeug. Das benutze ich wirklich wahnsinnig oft. Mit dem Velocity-Werkzeug, ich habe es hier als Rechtsklick-Werkzeug angelegt, kannst du Noten lauter und leiser machen. Das ist klar. Wenn ich jetzt hier mal wieder MIDI-Out anmache. Kannst natürlich auch für mehrere Events diese ganze Sache machen. Oder du kannst, was zum Beispiel beim Drum-Programming ganz nützlich sein kann, du kannst alle Velocity-Werte gleich machen. Also von allen MIDI-Events. Ich gehe also wieder über Command-A hier rein, halte jetzt Shift-Option gedrückt und ziehe mit meinem Velocity-Werkzeug an einem beliebigen MIDI-Event. Und zack, jetzt siehst du, er hat alle Events in der gleichen Velocity blitzschnell eingeschaltet. Das geht übrigens auch mit der Notenlänge, was ganz gut beim Drum-Programming ist. Das sage ich dir jetzt hier noch als Zusatztipp. Und zwar zum Beispiel, wenn du jetzt hier unterschiedliche Längen hast bei Noten, zum Beispiel hier oder hier, was beim Drum-Programming einfach öfter vorkommt, dann kannst du jetzt hier sehr, sehr schnell die Notenlängen oder MIDI-Event-Längen einstellen. Ich marke hier also wieder über Command-A alles und drücke wieder Shift-Option. Ich nehme jetzt aber nicht das Velocity-Werkzeug, sondern ich ziehe hier einfach an der Note und jetzt siehst du, jetzt sind sie wieder alle gleich lang. Ich mache das immer bei Drums, weil das sind Instrumente, die eigentlich nicht ausklingen. Und so kannst du viel besser Drums programmieren zum Beispiel oder hast das sehr viel übersichtlicher. Die restlichen Werkzeuge haben jetzt nicht unbedingt was mit Workflow zu tun, sondern eher was mit Mixing. Deswegen stelle ich die in diesem Video jetzt hier nicht vor. Kommen wir zu Tipp Nummer 10 und das ist auch einer meiner absoluten Lieblings-Workflow-Tipps, den ich eigentlich ständig verwende und das ist das schnelle Kopieren von Events. Und zwar ist das der Tastatur-Shortcut Command-R. Ich möchte jetzt also zum Beispiel diesen Akkord hier kopieren. Ich drücke jetzt einfach Command-R und er wird mir jetzt hier taktweise diesen Akkord immer weiter kopieren. Du kannst das natürlich auch für das komplette Arrangement machen, je nachdem, was du markierst. Jetzt habe ich zum Beispiel alles markiert. Ich muss nur den Cursor da hinsetzen, wo ich es haben möchte, die erste Wiederholung. Und zack, habe ich hier blitzschnell die Events kopiert, die ich haben möchte. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Hast du diese Workflow-Tipps alle gekannt? Arbeitest du überhaupt viel mit dem Piano-Roll-Editor? Oder sind eher so Audiospuren dein Metier? Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn du weitere hilfreiche Logic-Tutorials in Deutsch von mir sehen möchtest, dann empfehle ich dir diese Playlist. Da habe ich, glaube ich, schon an die 200 Tutorials zu Logic Pro, zu dieser DAW gedreht. Da ist bestimmt auch was Hilfreiches für dich dabei. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Schicke dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann! Bis dann!